Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Video in dieser Videoreihe zum Mathematik macht Freunde Arbeitsblatt Hauptsatz der Differenzial- und Integralrechnung. In diesem Video dreht sich alles um die Frage, warum gilt der zweite Teil des Hauptsatzes? Also warum gilt, dass das bestimmte Integral in den Grenzen a und b von f von x dx gleich ist F von b weniger F von a, wenn F eine Stammfunktion von f ist? Wir werden in diesem Video also den zweiten Teil des Hauptsatzes sichern und nach diesem Video kannst du den zweiten Teil des Hauptsatzes beweisen und alle Schritte im Beweis mit den bisherigen Inhalten verknüpfen und in eigenen Worten erklären. Also gut, erkläre mit dem Hauptsatz, warum jede Stammfunktion von f die Form f von x ist gleich das bestimmte Integral in den Grenzen a und x von f von t dt plus c mit einer passenden reellen Konstante c hat. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video, ein kleiner Tipp, gehe in Ruhe noch einmal den ersten Teil des Hauptsatzes und das vorige Fenster auf dem Arbeitsblatt durch. Also gut, ich habe mir in der Zwischenzeit ebenfalls schon ein paar Notizen dazu gemacht und über die möchte ich mit dir jetzt noch gerne ein bisschen sprechen. Als allererstes können wir aus dem ersten Teil des Hauptsatzes verwenden, dass eine Funktion, ich habe sie jetzt hier groß g genannt, mit der Vorschrift groß g von x ist gleich das bestimmte Integral in den Grenzen a und x von klein f von t dt, auf jeden Fall eine Stammfunktion von klein f ist. Außerdem wissen wir aus dem vorigen Fenster, dass jede Stammfunktion von klein f dann einfach eine vertikale Verschiebung dieser Funktion groß g ist. Wenn wir diese beiden Dinge miteinander kombinieren, dann erhalten wir genau das, was hier steht. Denn das hier ist ja genau die Funktionsvorschrift für groß g und dieses c hier entspricht ja genau einer vertikalen Verschiebung. Das bedeutet, wir können tatsächlich jede Stammfunktion von klein f in dieser Form hier darstellen. Zum Abschluss kommen wir jetzt noch zum Beweis vom zweiten Teil des Hauptsatzes. Dafür betrachten wir die Differenz groß f von b weniger groß f von a und für groß f verwenden wir jetzt eine Stammfunktion, die a als untere Grenze hier hat. Wir wissen, dass wir jede Stammfunktion so anschreiben können mit einer passenden Konstante c, also ist das auf keinen Fall ein Problem, dass wir das machen. Also wir setzen hier ein und erhalten dann zunächst für groß f von b das bestimmte Integral in den Grenzen a und b von klein f von t dt plus c minus, Vorsicht, Klammer auf, das bestimmte Integral in den Grenzen a und a von klein f von t dt plus c, Klammer zu. So, wir wissen, dass dieser Ausdruck hier auf jeden Fall 0 sein muss, denn das bestimmte Integral in den Grenzen a und a kann nichts anderes sein. Und wir sehen auch, dass wenn wir die Klammer auflösen, dass dieses c hier dann ein Minus als Vorzeichen hat, damit heben sich die c's wieder auf. Das bedeutet, es bleibt uns wirklich nur noch übrig das bestimmte Integral in den Grenzen a und b von klein f von t dt. Und damit steht jetzt auch der zweite Teil des Hauptsatzes auf einem sehr soliden Gerüst und wir haben ihn hiermit gezeigt.